Hot Wheels bezahlt mich für dieses Video. Toll! Wow, Niki, kann ich mit dir spielen? Ja! Ich wähle die Hot Wheels Monster Trucks. Ich wähle die Autos. Los geht's! Cool! Oh, no! Wer ist im Vulkan? Ich weiß nicht. Geh, geh. Lass uns nachschauen, was drin ist. Es ist das Car-Shop in Mega-Rex. Jetzt fress er alle unsere Autos und Monster-Trucks auf. Nein, der T-Rex hat alle unsere Autos gefressen. T-Rex, das Essen ist serviert. Aha, wow! Oh, no! Ah! Ah! Run! Ah! 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 Mami, Mami! Was? Der T-Rex hat all meine Autos gefressen. Ich habe eine Idee. Lass uns ein Experiment machen. Ja. Okay. Und noch ein bisschen mehr. Wow. Wow. Hör. Der T-Rex ist besiegt. Und alle Monster Trucks sind in Sicherheit. Du bist wirklich gut, aber immer hungrig. Mami Niki, lass uns das mal versuchen. Yay. Yay. Oh, meine Jungs. Vielen Dank Hot Wheels, dass ihr mich bezahlt und mir geholfen habt, dieses Video zu erstellen. Ich habe ihn Ihnen. Vielen Dank. Oh, meine Jungs. Vielen Dank.